Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play der Herzengeschlachtung in Level 2. Diesmal hier in Gondor. Und ja, schauen wir mal, wie es läuft. Ja, Gondor, auch wieder so eine Karte, die ich eigentlich gar nicht mag. Aber müssen wir mal schauen, kriegen wir hin. So, okay. Das Problem ist, meine Einheiten sind nicht ausgestattet, seine sind es. Äh, auch hier werde ich wohl verlieren. Ich habe nicht darauf geachtet, dass die nicht ausgestattet sind. Das ist schlecht. Ähm, das ist sehr, 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 sehr schlecht. Aber jetzt gerade nichts ändern. So, okay. Nichtsdestotrotz, wir gehen alle mal in die 1. Und versuchen mal vorzurennen. So. Hep, hep, hep. Hep, 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 hep. Wie gesagt, wir haben es schon festgestellt, der Ringkrieg ist buggy. Und wird es auch die ganze Zeit weiter sein. Äh, da werden wir halt, ähm, ja, wie gesagt, im Prinzip, werden wir es nicht schaffen, dir irgendwie was zu, äh, zu reißen oder sowas. Wenn mal er da schon angerannt kommt. Ähä. Ähä. Und drauf da. So. So. Ähm, wir gehen mit unseren Einheiten zurück. Einfach hier, zurück, 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 zurück. Ähä. Boah, der hat ihn aber auch schon wieder weggehauen hier. Das blöde Problem ist, dass meine Einheiten halt nicht glücklich ausgestattet sind. Äh, und, äh, dass, ähm, ja. So. Ärgerlich, ärgerlich ist. So. So, so, so. Hier oben ist er auch schon. Ja, okay. Die andere Sache lief deutlich besser. Mal schauen, vielleicht kriege ich den hier noch Platz. Nee, kriege ich nicht. Da kommen die Bogenschütze. Sache erledigt. Aufgeben. Fertig. Was soll's. Das bringt hier so nichts. Wie gesagt, ich will nicht nur unnötig seine Einheit wieder sehen. Aufgegeben. Oha. Ja, wie gesagt, bringt ja so in der Form nix. Du hast doch gute Einheiten stehen gehabt. Nö, nicht mehr viele. Du hast ja den meisten schon weggehauen. Na doch. Ich habe auch mega schlecht gespielt, muss ich sagen, eigentlich. Aber okay. Eigentlich hast du besser gespielt als ich. Deutlich besser. Ja gut, ich habe jetzt halt natürlich auch ein paar Angriffsboni halt jetzt einbekommen. Ja, ist ja logisch. So, na gut, oben haben wir noch eine Schlacht. Schauen wir mal, wie es da läuft. So, höp. Achso, jetzt. Schauen wir mal. Okay, diesmal habe ich ein paar Einheiten. Aber dafür hast du einen Elrond. Dein Elrond-Bataillon ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal. Scheiß drauf. Ja. Okay. Ist Wurst. So. Okay. Los geht's. Eisenberge. Eine Karte, wie gesagt, die wir so in der Form noch nie wirklich hatten. Es könnte sein, dass ich das durchaus schaffe. Ich will es auf jeden Fall schaffen. Es könnte aber auch sein, dass das jetzt durchaus schief geht. Werden wir sehen. So. Äh. Ist der Gebris cool. Einfach hier runter. In der Zwischenzeit kannst du mal hier eine Festung bauen. Äh. Hier ran da. Äh. Du baust das hier. So. Wie gesagt, Elrond ist halt nicht unbedingt ohnmächtig. Äh. Kann man wirklich sagen. Ähm. So. Die hier vorn. Die gehen mal in die zwei. Zwei. Ihr seid immer noch eins. Ja. Das ist gut. Spinnen. Nehmt euch in Acht. Dieser Weg ist sicher. Wir müssen Elrond ist auf die Spinnen. Sie greifen an. Lalalala. Lalalala. Hier entlang Lanzenträger. So. Wir müssen natürlich gucken. Äh. Es kann natürlich sein, dass Du sich einfach versucht hier. Äh. Er wird die Sonne nie wieder sehen. Die Kaserne ist falsch. Wartet einen Moment. Sammelt euch Lanzenträger. Hier runter. Hier runter. Und Du versucht nämlich äh wahrscheinlich irgendwo hin abzuhauen. Ich gehe äh ehrlich gesagt äh ich will halt versuchen mich in den Weg abzuschneiden. Hier ist er ja gar nicht. Na nun. Äh. Dann gehen wir da hin. Was machst Du nur hier? Haltet die Augen. Ich bin hier. Ah hier hinten. Okay. So. Okay. Dann gucken wir mal. Ist der Feind fern? Wir müssen Elrond's Haus beschützt. Hört weiterhin wachsam. So. Hier drauf. Alles war zu erwarten. Ähä. 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 Tipp zurück. Tipp zurück. So, dann eben jetzt drauf. Hier drauf, rauf auf den. So, und zurück. Dieser blöde Tornado, der geht mir auf den Sack. Okay, wir gehen jetzt mal von zwei Seiten herausschen. Die gehen hier rein, während die hier hochgehen. So, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also der Tornado ist sehr gut eingesetzt, muss man sagen. Aber vielleicht kriegen wir es ja trotzdem auch irgendwie gebacken. So, okay, das haben wir. So, ich gehe mal hier runter. Runter gehen, runter gehen. So, aha, hier hin, hier hin. Das Teil da hinten. Äh, wo geht der, der kann da nicht hin. Was ist das hier? So, äh, okay. So, okay. Äh, ich baue oben übrigens gar nicht außen. Das ist übrigens Fehler. Ähm, ich glaube, ich verliere hier. Weil ich ein Trottel bin. Weißt du was? Ich muss hier oben weiter ausbauen, sonst wird das nix mehr. Äh, äh, darum machen wir da einfach mal so. So. Ja. Ja, ja. Weißt du was? Sie ist scheißegal hier. Scheißegal. Wie gesagt, ich gehe da jetzt eh nur momentan Jolo ran. Ich spiele auch momentan sehr schlecht. Die letzten Runden schon, muss ich zugeben. Ähm, ja. Wer weiß. Im Prinzip, äh, seit ich, äh, ja, seit ich, äh, bei Isengard, äh, gefailt habe, habe ich den Ringkrieg fast aufgegeben, muss man sagen. Aber ich kämpfe natürlich bis zum Ende. Ich gebe mir Mühe. So, wenn du jetzt, äh, schlau ist, wird er jetzt gleich kommen. Er hat nämlich einfach meine gesamten Einheiten weggehauen. Ähm, insofern. Ja. Mach euch bereit. Dankeschön. So. In den Wald. So, okay. Ich bringe das Baumaterial. Äh, du gehst hier runter. Ein volltrefflicher Bauplatz. Ich habe nämlich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet, was ich hier oben mache oder was nicht. Ich habe einfach mal so gemacht und so. Und, ähm, wie gesagt, jetzt standen die hier oben dumm in der Gegend rum. Das ist das Dümmste, was ich hätte machen können. Ich habe ihm zwar ein bisschen geschadet, er wird in dem Moment auch nicht so viel gemacht haben, aber, ähm, ja, mehr als ich auf jeden Fall. So. Hat man schon allein da hergesehen. Ja. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Ähm, 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 ähm. Ja, da. Ähm, so. Hier kommt gleich noch was. Diese blöden Spinnen. Ich glaube, ich spinne. So. So, okay, cool. Äh, alles hier drauf. Le, 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 le. Na komm, mach den. Blatt. Ich bin das halt schlecht angegangen, auch gleich von Anfang an, muss man sagen. Wie gesagt, ich hätte das, äh, deutlich besser machen können. Ich hätte die nicht so weit reinziehen müssen dürfen. Habe ich aber gemacht, weil ich ein Trottel bin. Und, ähm, naja, das war ein Fehler. Logischerweise. So. So, soweit so gut. Äh, dann können wir ja hier mal weiter machen. Und bauen, äh, hier, äh, einfach mal noch eine zweite Kaserne aus. So, okay. Bauen hier weiter. Bauen mit dem hier, ähm, nichts bauen wir, weil der gar nichts machen kann, gerade, überhaupt. Und, äh, hast du nicht gesehen? So, 300, jetzt kann ich. Und zwar kann ich hier drüben, ich hoffe mal, dass da nichts ist. Okay, weiter. So, als nächstes kann ich mal hier, äh, die nächsten 500, ja, da sind sie schon, ähm, die nächsten 500 hier investieren, äh, und dann weitergehen. So. Okay, soweit so gut. Ähm, das hat mir schon mal ein bisschen geholfen. So. Wenn ich jetzt gleich noch... Aha. Aha. SDR G-1, hier weiter vorrücken, genau. Äh, du baust auch weiter, und zwar hier. So. Und dann hier, da drauf, und zwar alles, was da ist, einfach da drauf. So. Lille, lille, lille. So. Okay, hier drauf. Äh, der kann bauen, äh, der baut mal, äh, ja, gleich hier, genau. So. Ich bringe das Baumaterial. Dann kann ich gar nichts bauen wieder. Wir haben ein neues Gebäude. Wir müssen Mittelerde beschützen. Aha. So. Hier drauf, genau. So, okay, hier hin. Äh, dann kann ich jetzt auch wieder bauen. Äh, und zwar bauen wir hier oben. Dahin. Und hier oben. Bauen wir dahin. So. So. Okay. Weiter geht's. Äh, die Bugenschützen müssen mal, äh, 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 die sind alle auf Angriff. Alle beide? Nee, die sind sie nicht. Sieht ihr, ich wusste es doch. Wir sehen die Welt. So, hier oben, da haben wir den Feind. Äh, oh. Der Baumeister schlägt in Gefahr. Der Baumeister erst gefallen. Wir bringen Speere aus Midlond. Höter ist bereit. So. Okay. So war jetzt so gut. Äh, wir haben ihn ein bisschen was weggehauen. Äh, natürlich, äh, bei Weizen nicht so viel, wie er gehofft hat. So. Wahrscheinlich hat er schon wieder gleich den Bugen. Äh, verdammt, zu spät. Auch gut gemacht, muss man sagen. Aber ich hab ein bisschen was verrücken können. So. Äh, okay. Wir, wir produzieren auf jeden Fall weiter. Äh, weiter, 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 weiter. Das macht nichts. Oh, der hat schon wieder die Hunden. Mensch, das ist gemein. So. So. Okay. Mit Elrond natürlich alles kein Problem. Aber, ähm, ja. Wir müssen mal gucken, dass wir das Problem irgendwie gelöst kriegen. Der will ja auf jeden Fall hier hinten lang. Das müssen wir verhindern. Äh, deswegen baue ich ja auch wie ein Wilder. Und guck mal, dass ich hier... So, mache wenigstens. So. Und dann hier, da drauf. So. Äh, okay. Wir bauen weiter aus. Hier hin. Wir bauen weiter aus. Äh, hier unten. So. Ja, okay. Äh, 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 so. 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 So, hier hin. Irgendwie, ähm, weder du noch ich. Wir gehen gerade auf Pferde. Aber, ja, ist egal. So. Den da, den müssen wir irgendwie, äh, platt kriegen. Ja, komm, hier, da drauf. Äh, äh, Baumeister wird auch angegriffen. Jetzt kommt er von unten. Ja, ist okay. Ähm, wie gesagt, die Schlacht, äh, ich hab's versucht. Ich hab aber Scheiße gespielt, muss man sagen. Äh, und, äh, ja, das sieht man auch hier. Äh, und heb. Ja, hier, auf den da drauf. Wenn du wenigstens Elrond platzieren, das wär ja was. Ah, jetzt heilt er sich noch. Äh, äh, so, hier auf Angriff. Nein, nicht doch. So knapp. Sehr gut gespielt. GG. Wirklich, sehr gut gespielt. Äh, aber, ähm, ja, wie gesagt, bringt mir jetzt gerade nichts. So, komm. Lö, 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 alles, was wir haben, einfach hier runter. Und dann hier, da drauf. Ja, das hat er da auch mal ausgestattet. Nicht so schön. Lö, 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 lö. Äh, okay, wir gucken mal hier hin. Einfach nur, weil wir's können. So, hier. Wo hat er denn dein Volk stehen, da hinten. Äh, das heißt, wir bauen mal hier drauf. So. So. So, alles hier hin, so. Sind auch ihr hier. Ihr bleibt hier. Und ihr natürlich auch. So. Aha. Und da drauf. Wo schießt denn du hin? Da drauf. Okay. Auf jeden Fall, der hat hier unten auch schon alles weggeräumt. Ich hab keine Baumeister mehr. Also die Sache ist gelaufen im Prinzip. Alles andere wäre merkwürdig. Vorsichtig ausgedrückt. So. Ich hab schlecht gespielt. Da gibt's keine Entschuldigung für. Mein Fehler. Allein mein Fehler. Und genau so sollte man's auch sehen. So. Aha. 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 Der hat sich wahrscheinlich schon längst hier runter zurückgezogen oder wo auch immer hin. Auf jeden Fall, ich will seine Leiteneinheiten nicht unnötig leveln lassen. Beziehungsweise ist ja eh egal. Ja. Gut gespielt. Beziehungsweise ich hab halt schlecht gespielt. Ja. Ich auch nicht. Aber ich hab halt sehr, sehr schlecht gespielt. Auch am Anfang. Meine Einheiten sind viel zu weit reingerannt und so weiter und so fort. Aber ja. Gut. Trotzdem Glückwunsch. Gut gespielt von dir, von deiner Seite her. Und ja. Schau mal mal, wie's weitergeht. Ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und so. So. Okay. Ähm. Gut. Er hat ja, ähm, 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 ja. Er hat die Phase beendet. Mach ich auch mal. Ja. Aha. So. Phase beenden. So. Er drängt mich jetzt natürlich immer weiter zurück. Das Problem ist wirklich auch, er hat jetzt Spoonie. Er hat Gebiets-Boonie noch und nöcher. Und ich bin jetzt wirklich, ähm, ja. Ich werde jetzt halt einfach wirklich an allen Stellen, äh, zurückgedrängt werden müssen. Das zählt jetzt gerade nichts. Da muss ich jetzt mit leben. Erebor werde ich nicht halten können, selbst wenn ich mit Elrond da reingehe. Obwohl der hat ja nur, eigentlich hat er ja nichts. Aber, ähm, ja. Ich werde es trotzdem nicht versuchen erst. Muss ja nicht sein. Man muss es ja nicht übertreiben. Ähm, also, ähm, wie gesagt, letzten Endes ist es eh Wurst, äh, wer hier gewinnt, wer hier verliert. Scheiß doch die Wand an. So, ich muss noch, äh, zurückziehen. Haldir von Kerr Andros. Ja, okay. Äh, der geht hier hin. Äh, der geht hier hin. So, dann ziehe ich die zwei Helden halt auf die, äh, Festungen. Äh, und hoffe, dass das irgendwie was klappt oder sowas in der Art. Aber ich glaube nicht. Äh, deswegen Phase beenden. So. Wartet auf Spieler. Ja. Es geht immer wieder oder immer weiter bei mir ins Minus. Und kann nichts dagegen tun momentan. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Aber nichts zu ändern. So. Okay. Und der da hinten macht noch. Ich hau den mal hier drauf. Äh, den hole ich mir mit runter. Äh, ziehe. Also alles, was hier ist, mal hier rein. Ja. Also wie gesagt, ich muss ja, ich muss meine Einheiten halten. Ich muss die Produktion irgendwie sichern. Äh, gibt halt nur die eine Möglichkeit zu sagen. Jo, äh, mach so. Weißt du was? Ich ziehe mal beide Helden zusammen. In der Hoffnung, dass ich da irgendwie, äh, ein bisschen was gesnackt kriege. Weil beide Helden, äh, zu zweit sind ja schon eine fette Armee. Äh, das darf man nicht vergessen. So. Du gehst hier rüber. Äh, produzierst hier hoch. Produzierst hier. Äh, du machst, äh, hier auch ein Produktionsgebäude. Ist egal. Produzierst hier. Äh, hier unten kann ich, äh, produzieren. Da kann ich produzieren. Äh, hier hinten kann ich ebenfalls nicht mehr produzieren. Äh, okay. Äh, hier kann ich aber noch produzieren. Das machen wir auch noch. So. Und, ähm, ja. Ich hoffe mal, dass das ein bisschen was bringt. Hier auch noch. Einfach da, wo überall wo geht, ne. Äh, einfach ein paar, äh, Produktionen aufgesetzt. Und, ähm, ja. Wie gesagt, schauen wir mal. Ich spiele momentan wirklich sehr schlecht. Wie gesagt, ich habe wahrscheinlich innerlich viel zu sehr schon aufgegeben. Allerdings darf man das auch nicht. Das darf man nicht tun. Das, äh, das mache ich jetzt gerade. Und ich darf es nicht. Ich bin ein Trottel, wenn ich sowas tue. Deswegen, ähm, naja. Kein Kommentar. So. Phase beenden. Gucken wir mal. Ja, Cut. Oder besser gesagt, kein Cut. Äh, wir warten einfach mal. Du kannst deine Folge, äh, die Runde noch in der Folge fertig machen. Ja, genau. Ich mache das. Ja, ich verabschiede mich für die Folge schon mal. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss. Dann tschüss auf Blacks Kanal.